Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Videokanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler, ich bin Psychotherapeut und es geht wieder einmal mehr um die schizoide Persönlichkeitsstörung. Im ersten Video ist ja schon einiges über die schizoide Persönlichkeit erklärt worden in Abgrenzung zum schizophrenen Typ und mir ist es ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass eine schizoide Persönlichkeit keine Psychose hat und auch nicht die Realität verliert. Das glaube ich, habe ich im ersten Video ohnehin klar gesagt. Die schizoide Persönlichkeit ist ein Sonderling, ist jemand, der sich zurückzieht und der eigenbrötlerisch ist, der jetzt nicht zu verwechseln ist mit einem Autisten, aber auch eben nicht zu verwechseln ist mit einem, der eben wahnhafte Vorstellungen hat, also schizophren ist. Eine Schizophrenie ist ja eine psychotische Erkrankung, die eine andere Qualität hat wie etwas Schizoides. Was Schizoides ist, was ähnlich Komisches, was ähnlich Schräges, was ähnlich Verrücktes, wie eben eine wahnhafte Erkrankung, aber es ist keine wahnhafte Erkrankung, es ist kein Verlust der Realität, sondern es ist einfach ein spezieller Persönlichkeitstyp. Es gibt auch noch Untertypen, wo es jetzt zu weit führen würde, das jetzt detailliert einzugehen. Auf jeden Fall ist der Typ zurückgezogen, sonderlich eher in seiner Welt und ziemlich so, dass er schwer Kontakt findet zu anderen. Wir gehen jetzt Angehörige mit einem Menschen um, der sehr sonderlich ist. Eine diagnostische Abklärung ist sicher wichtig und sinnvoll. Das heißt, in welche Richtung ist er eher depressiv, dieser Mensch, ist es doch etwas Wahnhaftes, also sprich mit Realitätsverlierendes, oder ist es einfach nur jemand, der in seiner Welt gerne lebt, aber trotzdem auch wieder kontaktierbar ist, auch wieder rückführbar ist, auch trotzdem wieder Möglichkeit hat, mit den anderen gut in Kontakt zu treten. Dann ist er eben wahrscheinlich shit sweet. Es gibt ohnehin auch sehr genaue Kriterien nach der ICD-Klassifikation oder auch nach der DSM-5-Klassifikation. Also es müssen einfach einige Merkmale erfüllt werden. Also nach der ICD-10-Klassifikation, das ist eben die Nummer F60-1, müssen mindestens vier folgende Eigenschaften oder Verhaltensweisen über einen längeren Zeitraum vorliegen. Das heißt, diese Person, die shit sweet ist, hat wenig Freunde und unternimmt auch wenig mit Freunden, selbst wenn sie Freunde hat, hat sie wenig Interesse an Freundschaften. Es ist so eine emotionale Kühle und eine Distanziertheit und eine, wie sie mir heißt, eine Affektflachheit. Das heißt, man merkt nicht, freut sich die Person, ist jetzt traurig, sie ist immer irgendwie gleichmütig, sie ist immer irgendwie distant und eigentlich ist es ein bisschen traurig, weil es kommt auch keine Wärme auf, es ist aber auch keine Kälte, sie ist irgendwie distant. Dann, es ist eine reduzierte Fähigkeit, warme, zärtliche Gefühle zu zeigen oder Ärger auszudrücken. Es gelingt der Person nicht, ist auch nicht notwendig. Und sie ist gleichgültig gegenüber Lob und Kritik von anderen und gibt aber auch kein Lob und keine Kritik. Dann sind wenig sexuelle Aktivitäten, wenig Interesse an sexuellen Beziehungen oder auch an freundschaftlichen Beziehungen und meistens ist die Person am liebsten allein, für sich und eher auch immer in Ruhe. Wenn sie in Ruhe ist, geht es dieser Schizohiden-Persönlichkeit am besten. Dann, es gibt, und das ist eben dann auch die Grenze hin zur Schizophrenie, es gibt den ausgedehnten Fantasiebereich, sehr viel Selbstbespiegelung und da muss man dann genau differenzieren, geht das dann ins Wahnhafte, geht das dann bereits ins Irreale, geht das dann ins Verrückte oder nicht. Und das Spannende ist auch, sie hält sich nicht, diese Person, an sozialen Normen oder an Konventionen. Sie ist selbstverständlich linkisch, selbstverständlich geht sie einen Weg, der so anarchisch wirkt und der durchaus unpassend ist in der Gesellschaft. Das ist diesem Persönlichkeitstyp egal. Zumindest du beschreibst es eben der ICD-10. Im DSM-5 ist es ähnlich, es müssen auch mindestens vier von diesen, hier sieben Kriterien erfüllt sein, also auch keinen Wunsch nach engen Beziehungen, keine Freude an Beziehungen und will auch nicht Teil einer Familie sein, am liebsten einzelgängerische Unternehmungen, wenn überhaupt wenig Interesse an sexuellen Erfahrungen und anderen Menschen, wenn überhaupt kaum Freude oder sogar eher sehr viel Tristesse und keine Freunde, keine Vertrauten, Verwandte ersten Grades, also die Eltern zum Beispiel oder auch Geschwister, die werden akzeptiert, ist zwar auch nicht wichtig, Lob und Kritik ist gleichgültig zu sehen, emotionale Kehle distanziert hat und eingeschränkte Affektivität, Affektflachheit. Das sind die Punkte. Wichtig ist, dass die Autismus-Spexrum-Störung ausgeschlossen ist, dass die Schizophrenie ausgeschlossen ist und die bipolare Störung ausgeschlossen ist. Wie gehen jetzt Angehörige um, wenn sie merken, mein Sohn, meine Tochter könnte eine schizuide Persönlichkeitsstörung haben? Wichtig ist, nochmal diagnostisch abzuklären und wichtig ist, zu schauen, gelingt es mit diesen Menschen trotzdem in einem gewissen Kontakt zu treten, in einen nicht zu überfordernden, weil da ist schon ein bisschen vielleicht schon zu viel und dann auch nachzufragen, was ist der Grund, warum ist es schon wieder genug? Was ist der Grund, warum bin ich schon wieder müde? Warum will ich eigentlich nicht mehr mehr reden? Es kann schon sein, dass auch eine versteckte Depression dahinter ist. Es kann sein, dass ein sehr starkes Selbstunsicherheitsgefühl dahinter ist. Es kann sein, dass die Person einfach zufrieden ist, so wie sie ist und eigentlich auch jetzt dadurch auch sehr glücklich und rundum eigentlich sich wohlfühlt, dann ist es in Ordnung, wenn sie so ist. Sie muss ja nicht jetzt Freunde haben, sie muss ja nicht sich jetzt riesig freuen. Wichtig ist, dass sie innerlich zufrieden ist, dass sie auch ihr Leben schafft und dass sie nach eigener Ausführung sagt, es geht mir gut, ich bin zufrieden. Darum geht es. Etwas anderes kann man sich auch als Eltern auch jetzt nicht wünschen. Wenn man aber merkt, die Person ist unzufrieden, die Person ist sehr traurig, die Person leidet an ihrer Situation, dann ist Hilfe zu suchen sinnvoll, aber dann wird oft auch die Person, auch wenn sie wenig Kraft hat, sagen, ja bitte unterstützt mich, ich möchte hier raus, ich möchte hier mehr Antrieb, ich möchte mehr Freunde, ich möchte mehr Freude, ich möchte mehr Leben, ich will da nicht drinstecken bleiben. Nochmal zu diesem für mich sehr wichtigen Punkt mit diesen Fantasien, wo man sich denkt, in welche Richtung geht das jetzt? Ist das jetzt wirklich schon grenzwertig oder ist das noch im Normalbereich? Das kann sein, und das habe ich auch im ersten Video ja auch versucht zu erklären, das kann sein, dass es sehr schwimmend ist und auf dieses Schwimmende muss man achten und es gibt Menschen, die auch ein Stück so austicken in etwas Schizophrenes, also in Realitätsfairness, die aber dann auch wieder zurückkommen. Es muss nicht sein, dass deshalb gleich eine Schizophrenie diagnostiziert wird, wenn man kurz mal außerhalb der Norm ist. Und da gibt es ja wohl, aus meiner Erfahrung jetzt, es gibt nicht zu viele Patienten, die diese Persönlichkeitsstörung haben, aber ich habe ein oder zwei Patienten gehabt, die auch diese Diagnose hatten und da war es schon so, dass die auch manchmal so wirklich auch ausgegrast sind in eine irreale Welt, in eine wahnhafte Welt, aber dann auch wieder zurückgekommen sind und die haben eben keine Diagnose der Schizophrenie gehabt. Das war mir noch wichtig ergänzend zu betonen und ich bin gerne bereit, auch noch in der Differenzialdiagnostik, dann noch näher im Einzelgespräch, das mit Ihnen gemeinsam anzuschauen, wenn ein Angehöriger so etwas hat oder Sie selbst betroffen sind. Es stimmt, es ist nicht häufig und es ist sicher eine schillernde Sache. Aber trotzdem sind diese Menschen, wenn sie einen Leidensdruck haben, dann behandlungswürdig. Wenn sie zufrieden sind mit sich, ist es ja kein Leidensdruck und ist daher auch nicht behandlungswürdig. Es ist einfach eine spezielle Persönlichkeitsvariante, wo man auch jetzt nicht zwangstherapieren muss. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn Sie die Sendung kommentieren möchten oder liken möchten, bin ich Ihnen dankbar. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.